Gebumst und fett geworden, Oliver Pocher mit geschmacklosem Angriff auf Ex-Amira Köln, die Schlammschlacht zwischen Oliver Pocher, 46, und Amira Ali, 31, geht in die nächste Runde und erlebt wohl seinen nächsten Tiefpunkt. Denn der Kölner Comedienne hat seine Ex geschmacklos nachgeäfft. Hallo und guten Tag nach da draußen. Ihr seht, ich bin angeschnallt, deswegen sitze ich im Auto. Ich wollte euch mal kurz Hallo sagen und mich bedanken für die tausenden von lieben Nachrichten, die ich jede Stunde bekomme, weil ich einfach nur auf Social Media bin, macht er die Österreicherin in seiner Instagram-Story nach. Dann aber geht der Schwarz-und-Weiß-Interpret-Böse unter die Gürtellinie und greift die Mutter seiner Kinder Nummer 4 und 5 an. Und äh, ja, ich hab hier gerade die Hose ein bisschen auf, weil ich gerade gebumst habe und so fett geworden bin, so der geschmacklose Kommentar in Richtung von Amira. Weiter führt der gebürtige Hannoveraner aus, und ich hole jetzt die Kinder ab. Die habe ich schon die ganze Woche. Ich habe nämlich immer die Kinder. Und nachts fahre ich dann auch immer viel nach Hause. Ach, ich habe immer so viel zu erzählen. Aber genug von mir. Der Grund für die üblen Beleidigungen, wenige Stunden vorher hatte sich die 31-Jährige via Instagram bei ihren rund eine Million Followern gemeldet. Amira Ali bedankt sich für die vielen Nachrichten bei ihren Fans. Ich sitze im Auto, wie ihr unschwer erkennen könnt und die Hose ist offen, weil die ist neu und die muss erstmal eingetragen werden. Ist auf jeden Fall keine Sitzhose, lässt Amira ihre Fans wissen. Sie hätte viel zu erzählen, das Ganze habe sie aber schon in der neuen Folge ihres Podcasts Liebesleben verpackt. Dennoch wolle sie sich für die vielen, vielen, vielen und lieben, lieben, lieben Nachrichten bedanken, die sie nach ihrem Sieg bei Schlag den Star bekommen habe. Vielen Dank. Vielen Dank.